Herzlich Willkommen zum ROCKCAST. Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Christy Rock, dem stärksten Bio-Alvers-Lieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von ROCKCAST. Mein Name ist Christy Rock, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS Bio-Sportnahrung, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Und für die, die sich immer fragen, Christ, was meinst du denn mit dieser Bio-Sportnahrung, was hat es denn da auf sich? Da wird es noch eine eigene ROCKTV oder eine eigene ROCKCAST-Folge geben. Und für die, die sich da vorher schon informieren möchten, www.rock-sports.at, da gibt es alle Infos dazu. Heute geht es aber um etwas anderes und da freue ich mich wieder, dass du wieder eingeschaltet hast, mit dabei bist. Egal wo du du bist, ich hoffe, dir geht es gut. Und das ist in den Umständen, wie sie aktuell sind. Ich nehme die ganze Folge Anfang April auf. Hoffe ich, dass dir einfach privat, gesundheitlich, geschäftlich, wie auch immer gut geht. Und du entsprechend der Umstände gut unterwegs bist. Die heutige Folge ist für Menschen, die einerseits sich vielleicht oftmals das Leben schwieriger machen, als es wirklich ist. Für Menschen, die gerne ein bisschen unbeschwerter durchs Leben gehen möchten. Aber auch für Menschen, die sich aktuell gewissen Herausforderungen gegenübergestellt sehen. Und sage ich mal, in Zeiten wie diesen, wo sich das wirtschaftliche Umfeld alles ändert, gehe ich davon aus, dass es nahezu jeder ist. Von daher, ich glaube, dass der heutige Denkansatz, den ich da mitgeben möchte, für nahezu alle Menschen hilfreich sein kann. Ja, und ich habe diese Dinge, im Sommer sind es eigentlich zwei Denkansätze, die ich dir mitgeben möchte. Und die sind mir jetzt, ich glaube, vor sechs, sieben, acht Jahren begegnet. Zum ersten Mal in Form von einem Kurzvideo, das mir zugesendet wurde. Und aus diesem Kurzvideo entstand dann eine Grafik, ich weiß gar nicht, wer die erstellt hat. Und diese Grafik ist seither bei mir in Form eines Ausdrucks im Büro. Ich habe die Grafik immer am Handy mit dabei, am Laptop sowieso. Das heißt, sogar in meinem Journal habe ich das in ausgedruckter Form drinnen. Es ist so grundlegend, so einfach und dennoch so cool und effizient. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Der Rockcast ist dazu da, dass ich meine Erkenntnisse mit dir teilen kann. Und das Feedback zeigt, dass das schon einigen Menschen weitergeholfen hat, was mich extrem freut. Ich bin ja selbst ein großer Fan von Podcasts und weiß, wie sehr das weiterbringen kann. Ja, und übrigens, ich werde von vielen Menschen gefragt, Chris, du redest immer von Podcasts. Mach einmal eine eigene Rockcast-Folge, wo du Podcast-Empfehlungen aussprichst. Ja, und das wird auch noch kommen, steht schon auf meiner Liste. Aber jetzt schlage ich vor, wir gehen direkt in den Inhalt rein. Und zwar, wie gesagt, zwei Denkansätze möchte ich mit dir teilen. Und diese beiden Denkansätze basieren auf Videos vom Gao Gopaldas. Das ist ein Inder, der war früher mal bei Hewlett Packard Ingenieur. Und ist aber jetzt seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, jetzt quasi Motivationsredner, Coach oder ich glaube Lifestyle-Coach nennt er sich, macht. Eben Vorträge, Workshops und so weiter. Und dieses Kurzvideo, das ich damals zugesendet bekomme, war genau ein Mitschnitt von einem seiner Seminare. Und in diesem Kurzvideo hat er dieses, ich nenne es immer das Why-Worry-Modell, also Warum-Jammern-Modell vorgestellt. Und ja, und da habe ich einmal ein bisschen recherchiert, wo das Ganze herkommt. Und wenn man da ein bisschen genauer hinten nachschaut, kommt man darauf, dass dieses Modell oder diese Grafik, die er da erstellt hat, auf Basis von einem Zitat von Dalai Lama erstellt wurde. Dalai Lama kennen wir, ist ja, ja, den kennt man einfach, schlicht und einfach. Ja, auf alle Fälle, auf Basis von diesem Zitat, hat dann dieser Gau-Gopal das, wie er heißt, wie er sich nennt, ja, in seinem Seminar dann einen kleinen Vortrag gemacht und hat dieses vorgestellt. Und ich möchte dir jetzt diese Grafik im Podcast vorstellen, ist eine lustige Kombi, und zwar stelle ich dir eine Grafik in einem audio-basierten Medium dar. Ist cool, wird aber funktionieren, wirst du sehen. Stell dir eine Grafik vor, ich habe das gerade vor mir liegendes Ding, ein A4-Zettelchen mit verschiedenen Kreisen drauf, und in jedem Kreis steht eben diese Dinge, die ich da jetzt erkläre. Und ganz links oben steht der erste Kreis, und das ist quasi die Basis. Das Ganze ist Englisch, weil es eben der Gau auch seine Seminare Englisch macht. Wie gesagt, er ist ein Inder, aber die Seminare hält er großteils auf Englisch. Und übrigens, du kannst dir von ihm auch seinen YouTube-Kanal anschauen, Gaur Gopaldas, ich hoffe, das kann man gut verstehen. Der Kollege hat, glaube ich, über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Einfach einmal abonnieren, sich die Inhalte anschauen, sind richtig coole Dinge dabei. Fernöstliche Lehre, es geht um Mindset, es geht aber um philosophische Ansätze. Einfach ein extrem cooler Ansatz. Und auch coole Denkweisen, er ist ein extrem lustiger Typ. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja, auf alle Fälle, starten wir los mit diesem kleinen Why-Worry-Modell, wie es ich immer nenne. Und zwar steht ganz oben die Frage, do you have a problem in your life? Sprich, hast du in deinem Leben irgendein Problem, irgendeine Herausforderung? So, und da gibt es zwei Verästelungen. Die eine Verästelung, ja, ich habe ein Problem in meinem Leben. Die andere Verästelung ist nein. So, fangen wir mit nein an, wenn du kein Problem im Leben hast, naja, dann geht der Pfeil weiter. Then why worry, warum sollst du ein Jammern? Ich sage, okay, ich habe kein Problem im Leben, das heißt, ich habe nichts zum Jammern. So, jetzt gehen wir den anderen Ast weiter. Do you have a problem in life? Yes, ja, ich habe ein Problem im Leben. Und dann, jetzt wird es spannend, dann fragt er auf dieser Grafik, can you do something about it? Sprich, kannst du etwas gegen dieses Problem oder die Herausforderung, die du hast, was unternehmen? Ja oder nein? Das heißt, do you have a problem in life? Ja, ich habe eins. Kann ich gegen dieses Problem irgendetwas unternehmen? Und jetzt wird es dann spannend. Wenn ich die Nein-Verästelung weitergehe, das heißt, can you do something about it? Kannst du etwas dagegen tun? Nein, kann ich nicht. Na ja, dann geht der Pfeil wieder retour, then why worry, warum jammerst du dann? Du kannst ja eh nichts dagegen tun. Das ist immer mein vielbesagtes Staubeispiel. Wenn du im Stau stehst, du kannst herumjammern und schreien, was du willst und fluchen, der Stau wird sich deshalb nicht auflösen. Das heißt, ja, du hast ein Problem, du stehst im Stau, du wirst deinen Termin verpassen, can you do something about it? Kannst du etwas gegen diesen Stau tun? Nein, kannst nicht tun. Na ja, dann jammert auch nicht. Und jetzt geht es eben weiter. Also es steht wieder am Anfang die Frage, do you have a problem in your life? Yes, ich habe ein Problem. Can you do something about it? Ja, ich kann auch etwas dagegen tun. Na ja, dann geht der Pfeil wieder retour. Then why worry? Warum jammerst du dann, wenn du eh etwas tun kannst dagegen? Und das ist dieses Coole. Es geht alles immer auf dieses why worry zurück. Warum jammerst du dann? Du kannst etwas ändern. Und wenn du nichts ändern kannst, dann bringt es jammern auch nichts. Und wenn du etwas ändern kannst, dann bringt es jammern auch nichts, sondern dann ändere etwas. Und das Spannende ist einfach, dass es so einfach ist, die ganze Geschichte, dass es, wie gesagt, vorhin mir immer ein Schmutzel aufs Gesicht bringt. Und ich möchte einfach noch ein konkretes Praxisbeispiel mitnehmen. Ich werde von vielen Menschen kontaktiert, wo es um das Gewichtsthema geht. Sei es jetzt abnehmen, Körperfett reduzieren, was auch immer. Und im Gespräch stelle ich dann oftmals die Frage, na ja, was hat dich seither von dem Ziel, das du hast, sagen wir jetzt beispielsweise 10 Kilo abnehmen, abgehalten? Ja, und die meisten Menschen wissen eh sehr genau, wo das Thema liegt. Viele aber jammern auch einfach und sagen, ja, das und das ist die Ursache und ich kann nicht, weil und der und der ist die Ursache dafür. Das ist im Prinzip nur die Verantwortung aus der Hand geben und das Problem im Prinzip beiseite schieben. Aber wenn man jetzt diese Grafik dann diesen Menschen vorzeigt, und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ihm einfach die Grafik geschickt und die jeweilige Person hat sich das angeschaut. Und dann haben wir ein, zwei Wochen später noch einmal gesprochen. Und da merkt man dann, hat sich bei den meisten dann im Hinterstübchen was geändert. Und es läuft im Prinzip alles darauf zurück, dass man sagt, okay, Probleme, Herausforderungen haben wir alle. Gerade in Zeiten, wie es diesen ist, das wirtschaftliche Umfeld ändert sich, das private Umfeld ändert sich, wir sind zu Hause, sind vielleicht sogar in Quarantäne und so weiter. Es sind so viele neue Herausforderungen, das heißt viele neue Dinge. Und da gilt es jetzt eben herauszufinden, kann ich was dagegen tun oder nicht? Wenn ich was dagegen tun kann, jammert nicht blöd herum, sondern tu was, kannst du nichts ändern, naja, dann brauchst du auch nicht jammern. Und das ist im Prinzip genau das Spannende. Ja, und das ist dieses Why-Worry-Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das Ganze passiert, wie gesagt, auf einem Zitat von Dalai Lama. Aber ich empfehle dir eben nicht, das Zitat, obwohl ich ein großer Fan davon bin, zu nehmen, sondern wirklich diese Grafik. Einfach Why-Worry direkt bei Google eingeben, dann wirst du bei den Bildern sofort diese Grafik sehen. Ja, das ist einmal das eine, das ist dieses Why-Worry-Modell. Bitte unbedingt anschauen, ist richtig, richtig cool. Und diese Herangehensweise wird einfach dafür sorgen, dass du die ganzen Herausforderungen, Probleme, die wir alle im Alltag haben, viel, 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 viel entspannter siehst. Ja, und das Zweite ist, das ist von einem anderen Video vom Gaug Opal Das. Und zwar hat er, ich weiß gar nicht, in welchem Video das war, aber das Key-Learning daraus habe ich mir gemerkt. Und er macht es so richtig, richtig cool. Und zwar wird er da gefilmt, wie er auf so einem kleinen Protest sitzt, im klassischen Meditationsschneidersitz, vor sich hat er seinen Apple-Laptop stehen, hat ein Mikrofon und da plaudert er eben im Sitzen an alle Besucher seines Seminars. Die sitzen im Kreis rund um ihn herum, schaut richtig, richtig cool aus, ganz anders als bei uns, sag ich einmal im mitteleuropäischen Bereich, ein Seminar ausschauen würde. Auf alle Fälle beginnt er dann, einen Witz zu erzählen und er macht es richtig charmant, er ist ein unglaublich glücklicher Mensch, zumindest wirkt er so oft in Videos und erzählt einen Witz. Einen Witz selbst erzähle ich jetzt nicht. Auf alle Fälle, wie er zum ersten Mal einen Witz erzählt, alle lachen. So, was macht er dann? Dann geht er her und erzählt genau den gleichen Witz noch einmal. Lachen auch noch ein paar Leute, aber deutlich weniger. Dann erzählt er den gleichen Witz noch einmal und da merkt man schon, wie die einen oder anderen Leute sich gegenseitig anschauen und sagen, sagt er, was will er jetzt, jetzt erzählt er das zum dritten Mal. Dann erzählt er noch einmal und noch einmal. Und dann natürlich, je öfter er den ganzen Witz erzählt, desto weniger Menschen lachen. Und dann stellt er eben zwei ganz spannende Fragen. Und sagt er eben, schaut her, natürlich macht er das jetzt auf Englisch, aber ich übersetze das jetzt einmal frei, weil, schaut her, wir lachen nicht, wenn wir einen Witz immer und immer wieder hören. Aber warum ärgern wir uns dann über Probleme, über dieselben Probleme immer und immer wieder? Genauso wie es beim Witz ist, wenn ich einen spannenden Witz habe, den ich erzähle, dann ist er ein richtiger Brüller beim ersten Mal lachen alle. Wenn ich den gleichen Witz zwei, drei, vier, fünf Mal erzähle, werden zum Schluss keine Leute mehr lachen, sondern die werden dich irgendwo verjagen. Und bei den Problemen ist es genau das Gleiche. Warum ärgern wir uns dann immer wieder über das gleiche Problem, über die gleiche Herausforderung? Macht im Grunde keinen Sinn und es wird einfach nicht lustiger, so wie es beim Witz ist. Und das trifft im Prinzip auch wieder dieses Why-Worry-Modell. Und wenn du ein Problem hast, über das du dich immer und immer wieder ärgerst, dann stell dir die Frage, kannst du was dagegen tun? Wenn ja, why worry? Kannst du nichts dagegen tun? Naja, why worry? Warum ärgerst du dich dann? Und das sind genau diese zwei Dinge, die so watschen einfach sind, auf gut Deutsch, aber die so viel bewirken. Ja, das heißt, wenn es Probleme gibt, die uns immer und immer wieder beschäftigen, dann sollte uns das ja zu denken geben. Warum? Weil wir verschwenden ja da einfach unsere Ressourcen. Wir denken immer und immer wieder dran, ändern aber nichts. Das heißt, schau, dass du in die Umsetzung kommst. Wenn du irgendein Problem hast, das dich seit Wochen, Monaten immer wieder beschäftigt, dann schau, dass du einen Punkt dahinter bringst. Schau, dass du entweder das Ding mental für dich abhackst und sagst, okay, da kann ich nichts ändern. Oder du gehst den Schritt und sagst, ich ändere jetzt was, ich treffe diese und jene Entscheidung, um das weiter vorzuführen. Und du wirst merken, wenn dieser offene Punkt in deinem Hinterstübchen weg ist, es sind deutlich mehr mentale Ressourcen zur Verfügung und dir wird es deutlich, deutlich besser gehen. Ja, das war im Prinzip dieser zweite Ansatz. Das heißt, das erste war dieses Why-Worry-Modell. Do you have a problem in life? Yes or no? Schau dir die Grafik an. Sehr, sehr dringliche Empfehlung von mir. Und das zweite ist einfach diese Witzgeschichte. Über ein Witzloch machen wir auch nicht 17 Mal. Und deshalb, warum sollen wir uns dann bei einem Problem 17 Mal immer um das Gleiche ärgern? Das ist ein Blödsinn. Das heißt, Entscheidungen treffen. Bedeutet, zwei Key-Learnings, die ich aus dieser Rockcast-Folge dir mitgeben möchte, das sind auch genau diese Key-Learnings, die ich durch diese zwei Denkansätze bekommen habe. Punkt Nummer eins. Lass dich nicht von Dingen irgendwie beschäftigen, die du ohnehin nicht ändern kannst. Quasi dieses Why-Worry-Modell. Ich nehme wieder dieses Beispiel mit dem Stau. Wenn du im Stau stehst, du kannst es nicht ändern. Egal wie viel Stinkefinger du zeigst. Egal wie viele Leute du verfluchst. Über wie viel du herumschreist. Das heißt, du wirst nicht schneller durch den Stau durchkommen. Key-Learning Nummer zwei, das ich daraus habe, ist, ja, lass dich nicht immer von den gleichen Problemen beschäftigen, sondern mach was. Egal ob du jetzt tatsächlich dieses Problem angehst und löst, oder ob du sagst, dieses Problem kann ich nicht ändern. Ich streiche es einfach aus dem Ganzen, aus meinem Hinterstübchen raus. Und damit ist es auch erledigt. Und du hast wieder mehr mentale Kapazitäten, unter Anführungszeichen, übrig. Ja, das waren diese zwei Dinge. Why-Worry-Modell bitte unbedingt anschauen. Richtig, richtig cool. Nimm dir die Grafik aufs Handy mit, oder wo auch immer du dich am meisten auffällst. Macht das Leben deutlich, deutlich einfacher. Ja, und wenn dir diese Rockcast-Folge gefallen hat, dann lass mal bitte eine Bewertung da. Entweder hier, was heißt hier, ich nehme es gerade bei Apple Podcasts auf, also entweder direkt bei Apple Podcasts freue ich mich über 5-Sterne-Bewertung, Spotify oder wieder ein persönliches Feedback, wie ich es schon doch einige Male jetzt erhalten habe, was mir extrem freut. Gib mir einfach Feedback. Und natürlich gib mir auch Feedback über Themen, die du dir wünschst. Und so wie ich es vorhin erwähnt habe, es wird eine Rockcast-Folge zu meinen Lieblings-Podcasts kommen. Es wird noch eine Rockcast-Folge zu Rocksport selbst kommen. Ja, das sind alles Dinge, die schon auf meiner Liste stehen. Und wenn du da noch ein paar Punkte hast, was du sagst, Chris, schau dir das einmal an, oder da würde mich einmal deine Sichtweise interessieren, schreib mir es und ich setze das mit auf die Liste. In diesem Sinne, why worry, überleg dir, ob sie das Ärgern wirklich auszahlt. Ja, und wenn nicht, dann machst du das Leben deutlich einfacher damit. In diesem Sinne, alles, alles Gute, viel Gesundheit, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge vom Rockcast. Alles Gute und ciao, ciao.